Hallo! Wenn im Sommer bei uns manchmal wochenlang kein Regen fällt, ist es sehr trocken. Manchmal regnet es aber auch viele Tage hintereinander. Wir Menschen können einfach eine Flasche Mineralwasser trinken, wenn es trocken ist. Oder wir spannen unseren Regenschirm auf, wenn es regnet. In diesem Video werde ich dir erklären, wie Pflanzen dem abiotischen Umweltfaktor Wasser begegnen und sich zum Beispiel an eine schlechte Wasserversorgung anpassen. Zunächst wollen wir uns ins Gedächtnis rufen, warum Wasser überhaupt so wichtig für Pflanzen ist. Wasser ist ein wichtiges Lösungsmittel, in dem verschiedene Stoffe wie Salze, Proteine und Zucker gelöst sind. Auf diese Weise können Stoffwechsel reagieren. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020